guten morgen alle zusammen wir müssen jetzt unsere dusche ausmessen weil ich jetzt mit meinem vater zum obi fahre und mir einen neuen duschkopf und alles drum und dran bestelle das heißt let's go wir gehen messen wir stehen jetzt in der dusche wir haben eine sehr sehr niedrige decken höhe deswegen ja so ungefähr sind ungefähr neun zentimeter die wir platz haben bis zur decke und da muss halt so den duschkopf hin wir gucken ob wir sowas im obi finden schreibt in die kommentare was ich mir an süßes kaufen soll und das kaufe ich im nächsten blog so wir waren jetzt neues ding kaufen das heißt das hier werden wir jetzt ab montieren er ist schon mal raus shampoo weg und ab montieren fertig die duschstange ist jetzt ab jetzt kommt die neue drauf nach dieser anleitung so es hängt jetzt schon teilweise wir haben ein kleines problem und zwar ist dieser adapter zu klein für unser altes ding bumster das müssen wir irgendwie austauschen umbauen ja hoffentlich klappt das nun müssen wir noch mal losfahren duschvorgang ist abgeschlossen wir müssen jetzt erst noch stapeln heute mache ich was ganz wichtiges was ich mich schon sehr sehr lange vornehmen und zwar gehe ich von stream labs obs ich bin ja vorher von obs studio zu stream labs obs gehe ich jetzt zu stream elements also quasi zu ob es von stream element und werde das komplett neu einrichten einfach weil stream elements tick besser ist es wirklich besser wie stream labs oder obs studio ganz normal klar es hat viel mehr vorteile et cetera pp das heißt aber das ist komplizierter stream labs ein so ein stream elements einzurichten das heißt ich muss mich jetzt eine stunde oder zwei dran setzen aber ich denke dass die qualität im stream auf twitch dann deutlich besser wird die immer lös wieder angezeigt werden und 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 ja müssen wir jetzt mal gucken ich denke es wird geil freut euch einfach wahrscheinlich werdet ihr nie merken aber ich werde wissen dass die bedienung leichter ist und es angenehmer ist ist jetzt schon seit zwei stunden am pc und bin alles am ändern es dauert wirklich länger als gedacht nebenbei wird papa platte noch gegönnt und dann läuft die ganze sache dann ist es auch nicht so langweilig und einsam für mich aber ich hoffe es gefällt euch mehr zeigt ja nicht und wir haben wir haben wieder ab und hat keine chance da hat er mich ok er hat mich fm willst du heute ein keks man schon wieder keiner drin willst du doch ich komme hier ich gebe dir doch ein paar mehr das ist ein baum dieser baum hat eine rinde ende wieder zu hause von gasse gehen jetzt wird gezockt wasserqualität testen ja ist in ordnung dann nur noch pulver nimmt das pulver so ich melde mich jetzt gerade aus dem schnitt dankeschön fürs zuschauen bis zum nächsten blog leichter lassen morgen um 20 uhr ab jetzt wenn die blogs um 20 bekommen damit ich ein bisschen mehr zeit habe nach der arbeit 20 uhr morgen nächster blog freut euch drauf